Hallihallo und herzlich willkommen zu... Hallo, einer neuen Folge B&B Breakfast. Ich hab das Spiel gerade gestartet und auf Mal kriege ich 2000 Achievements hier. Spreche mit Margaret im Dickicht. Oh, mit unserer Mutter. Oh, ich will nicht. Und schließe einen Aufenthalt für zwei weitere Personen ab. In der Bruchbude. Das ist keine Bruchbude, Mann. Sieht gar nicht so schlimm aus. Aber komm, wir gehen mal schlafen. Und am nächsten Tag müssten ja schon die nächsten Gäste kommen. Du hast eine neue Besucheranfrage gehalten. Drei Gäste sind in deinem Resort eingetroffen. Gut, 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 gut. Also hier läuft's. Hier läuft's. Wenn wir uns sehen, läuft's gleich nicht mehr. Aber... Gehen hier rein. Zack. Ich hab das Ding falsch rum reingestellt. Ist halt wirklich so. Ich hätte das eher hier hinstellen sollen. Ich glaube, das mache ich auch noch. Gut, aber die müssen ja ihren Aufenthalt hier beenden. Das heißt, wir können jetzt erstmal zu Margaret. Warum ist da ein I? Ich weiß es nicht. Wir gehen erstmal und schauen, ob wir zu Muri kommen. Musik ist hier ganz schön laut auf einmal. Nein, ich habe hier so ein bisschen was umgestellt wegen dem Mikro. Deshalb testen wir das heute mal aus, ob das so funktioniert. Warum komm ich denn nicht lang? Ich warte da doch schon. Bin ich denn dann da hingekommen? Bin ich denn da hingekommen? Ich weiß ja schon. Nee. Ich bin verwirrt. Wie verwirrt willst du sein? Ja. Das ist meine Antwort heute. Wir sind unterwegs. Das deck ich. Hank, wo hast du denn gesteckt, meine Güte? Geht es dir gut? Ist dir was passiert? Mir geht's gut. Mom, nichts ist passiert. Okay, gut. Das hast du dir nur wieder in den Dickschädel gesetzt. Und du! Ich habe nicht mal was gesagt. Du hast ihn wieder dazu angestiftet. Ist es nicht so? Nein, Mom. Will hat nichts getan. Wir waren nicht mal so lange weg. Es sind Tage vergangen. Die Menschen kehren zurück. Und noch etwas. Sie machen was? Und wir helfen. Verstehe. Nun, ich schätze daran, es nichts auszusetzen. Wir kriegen noch mehr zu Besuch. Und sie bringen Geld und Müll mit. Und wir können alles über sie erfahren. Und ich kann Sachen für sie herstellen. Ich, ja, Toni hat mir beigebracht, wie man ein Brett baut. Und ich habe schon seit Jahren nichts mehr von ihm gehört. Nun, ich schätze, ich hätte dich eh nicht länger hier festhalten können. Sag das nicht so, Mom. Ich gehe nirgendwo hin. Ich will nur... Es fühlt sich gut an, zur Abwechslung mal etwas draußen zu tun. Etwas Nützliches. Ich weiß. Das ist das Totschatz. Zumindest fürs Erste. Ihr seid vermutlich alle erschöpft. Ihr solltet euch ausruhen. Ja, wieso... Äh, sollten... Äh, wir sollten nach unseren Menschen sehen. Chockercab. Du findest eine Chockercab im Haar. Okay. In Ordnung, Schatze. Bring nächstes Mal deinen Hut mit, falls es regnet. Äh, jetzt ruhe dich aus. Ich will mich nicht ausruhen. Ich wollte doch zu meinen Menschen. Anton der Mäuserich. Oh. Äh, du brauchst mich für nicht... Äh, für mich nicht aufstehen. Ich, äh, sehe auch von hier gut. Was? Sagen wir einfach, äh, du hast bei den richtigen Leuten den richtigen Eindruck hinterlassen, Kumpel. Das ist nicht wahr. So etwas habe ich nicht getan. Entspann dich. Das ist etwas, äh, Gutes. Ist es das? Die übergroße Ratte hat ja gesagt, dass, äh, Größe nicht überall proportional ist. Hör zu. Du hast bei, äh, meinem unsinneredenden Mitarbeiter einen ziemlichen Eindruck hinterlassen. Was nur selten vorkommt. Solltest du dich, äh, danach fühlen, damit weiterzumachen, ist der Weg zur alten Straße freigegeben. Solltest du dich dort unten wiederfinden, äh, komm, äh, mich auf Depot... Äh, äh, auf der Deponie besuchen. Ich, ich habe gerade Deponia gelesen. Ähm, warum sollte ich das tun? Weil ich dir ein Angebot machen werde, das du nicht ablehnen kannst. Oh mein Gott, er ist der Pate. Er ist eindeutig der Pate. Oder ich, äh, weiß nicht. Ich schätze, du könntest es ablehnen, aber es ist ein ziemlich gutes Angebot. Mach, was du willst. Interessiert mich nicht. Neue Rote Fallgesch- Äh, die, aha, äh, 24, okay. Das war seltsam. Ciao. Boah, ich habe gerade voll den Kälteschauer. Boah. Boah. Okay. Hey, ich konnte ja von hier draußen die Lampe an und da was machen. Highjagd. Finde sie in... Oh mein Gott, ich kann... Ich kann nicht dumm sein. Äh, ich kann nicht dumm sein. Das hört sich falsch an. Ähm. Ich muss, ich muss zu dieser Straße. Ich will herausfinden, wie wir, was wir und so. Weil wir können ja garantiert gleich ein neues Gebäude kaufen. Naja, kaufen. Einnehmen. Und nennen wir das hoch. Oh. Er arbeitet an seinem Ding. Das ganze Teil machen wir wieder fit. Und warum gibt es hier jetzt kein Material mehr? Das finde ich nicht gut. Hier lag doch die ganze Zeit Material. Und ich habe gesammelt und gesammelt und gesammelt und gesammelt und jetzt ist es weg. Verdammte Kacke. Okay. Ich würde sagen, ähm... Du könntest ein hübscher Tisch werden. Barbara. Oh, äh, wer, wer ist da? Na so, was ist aber ein... Ist das aber eine Überraschung, meine Blüte. Du bist aber ein großer Bursche, nicht wahr? Du wirkst nicht sehr angsteinflößend. Nein, du wirkst sehr kuschelig. Hä? Schon in Ordnung. Du bist nicht der erste Mistkerl, der mich hier in der Gegend begegne. Der hat uns... Äh, die hat uns Mistkerl genannt. Hab keine Angst. Tut mir leid, ich wollte dich nicht erschrecken. Äh, wer bist du? Hinterfragende Bärenlaute. Nun, es ist wirklich schön, dich kennenzulernen, Liebes. Ich bin Barbara. Ich bin, äh, schon, äh, schon der Hüte dieses Waldes gewesen. Ich bin schon der... Ach, Hüter. Hüter, äh, dieses Waldes gewesen. Da konnte ich gerade mal so einen Silberkiefer von einer Bärkiefer unterscheiden, weißt du? Weißt du, wo wir sind? Was ist denn ein Silberkiefer? Bärenlaute. Oh, natürlich nicht, nein. Du bist nicht aus der Gegend, das wüsste ich. Ja, ja. Nun, wir befinden uns in Hohlkreuzung. Einem, äh, der größten Holzumschlageplätze diesseits des Tals, ja. Oder zumindest war es das mal. Heutzutage, äh, macht kaum noch eine Seele einen Schritt in diesen Ort. Obwohl, ähm, in letzter Zeit, ja, sind wir weitaus mehr Seen aufgefallen als sonst. Es ist fast so, als würde etwas die Leute wieder zurücklocken. Vielleicht ein Bär oder so. Und dann, äh, dann kam ich, äh, nicht um hinzusehen, was für eine wunderbare kleine Hütte wir hier haben. Hattest du da deine Hände im Spiel? Ich hab da vielleicht ein paar Dinge zusammen, äh, hab das mit meinen eigenen beiden Tatzen gebaut. Machen wir so. Zuverlässliche Bärenlaute. Ich hätte nie glaubt, äh, dass ich nochmal erleben würde, wie jemand unser kleines Tal besucht. Geschweige denn Touristen, was wollen die denn hier? Hm. Ich muss schon sagen, äh, das war eine ganz, äh, schöne Leistung für einen allein. Ja, ja. Hoffentlich, äh, sehe ich bald noch mehr von deinem Handwerk. Ich bin nämlich ein Handwerker und komme eigentlich aus Sandrock. Ähm, 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 passiert dir irgendwas? Hallo? Ah, hallo? Oh, ich steh da hinten. Ich dachte, ich steh hier irgendwo. Gut, ähm, ich würde sagen, die Alte ist weg. Wie verwirrt kann man sein? Ja. Ah, hier ist Müll. Müll nehme ich gerne mit. Und er mit seinem Kiosk hier. So, also, die haben gesagt, die, ah, Schlag mich tot ist offen. Das könnte ja die hier sein. Gucken wir doch mal. Oh, yes, sie ist es. Juhu, Freunde. Wir sind unterwegs. Motel. Aha. Können wir die Sachen hier? Nein. Nimm in der Feierlichkeit teil. Finde die Quelle der Freude an der, ah, Schlag mich tot. Können wir nichts mitnehmen. Das ist aber sad. Und was ist hier die Quelle der Freude? Ich finde hier keine Quelle der Freude. Hier ist die Mülldeponie. Oh, zu. Haha, wir klauen das einfach durch, das Ding durch. Meine Kiste. Meine Jukebox. Oh mein Gott, wir haben eine Jukebox. Boah, das lohnt sich voll hier überlang zu latschen. Wenn wir hier nirgendwo reinkommen. Hier ist noch ein Weg. Wie fucking groß ist dieser Wald? Das hört sich hier an. Ah, da kommen wir nicht rein. Was brauchen wir hier? Goldgräberausrüstung. Ja, die brauchen wir ja schon mal irgendwo für. Ich will hier durch. Ich lass mich hier durch. Danke. Da komm ich nicht weiter. Hier ist auch eine fette Straße. Oh, alte Sofa. Nehme ich hier mit? Rann schön komische Namen für diese Straßen. Das ist eine Tankstelle. So müssen wir hier sogar eine Tankstelle wiederbeleben. Dann machen wir hier gleich den... Oh Gott, wie hieß der noch? Pumping Simulator? Pump Simulator? Irgendwie sowas. Gut, 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 gut. Kupferplatten, Plastikbretter. Okay, dafür brauchen wir noch Plastikbretter. Können wir einfach über die Straße laufen. Hier geht's nur noch auf dem Gehweg weiter. Okay. Ich glaube, ich muss das Mikro gleich doch nochmal umstellen. Irgendwie gefällt mir das auch noch nicht. Hier ist der Hai. Und der Hai heißt, dass wir hier gleich was kaufen können. Na ja. Was klauen. Das machen wir auch gleich. Ich will hier bloß erstmal aufräumen. Was denn? Oh, Babsi ist auch hier. Babsi Ra. Hier ist auch eine Hütte. Was geht denn hier? Was ist denn hier alles? Ich räume erstmal hier auf diesem Grundstück auf. Und dann... Dann gucken wir mal. Können wir die Lampe mitnehmen? Ne, die können wir nur an- und ausmachen. Draußen fliegt die ganze Zeit ein Hubschrauber, weil schon wieder jemand in den Kommen. I don't know. Ach, hier ist der... Hier können wir Sachen kaufen. Ne, wir müssen jetzt noch plündern. Alles plündern, was wir so plündern konnten. Da ist noch eine Kiste. Es kommt ja noch eine Kiste. Ich finde es super, dass wir ein unendliches Inventar... Opossum-Uhr... Ah, ich weiß nicht, ob ich die so toll finde. Aber dass wir ein unendliches Inventar haben. Ne, das ist so praktisch. Das hört sich an. Als gäbe es hier überall Schlamm. Ist übrigens nicht so nice, ne? Also ich weiß nicht, ob die uns was tun würden. Rein theoretisch gesehen. Weil wir sind ja ein Bär. Aber rein praktisch... Könnte ich mir das schon vorstellen. Ist das ein Supermarkt? Ey, wir müssen noch einen Supermarkt klären. Ja, das ist ein Supermarkt. Oh mein Gott, wir kriegen einen Supermarkt, Freunde. Erst ein Kiosk, dann ein Supermarkt. Schon nice. Hatten wir hier alles machen können. Tonis Werkstatt. Keine Anleitung verfügbar. Okay. Ja, Toni, wir machen das schon. Chili Vanilli. Ach ja, hier brauchen wir noch so ein Bushaltestellenschild. Aber da weiß ich immer noch nicht, wie ich an das Inventar von einem Chippen komme. Ja, da gucken wir auch gleich. Die Quille der Freude gucken wir uns gleich an. Jetzt klären wir nur noch unser nächstes Gebäude. Ja, komm, das können wir schon mal fertig machen. Ja, 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 warte mal. Hallo. Ist kein Gebäude? Ja, aber ich würde trotzdem gerne die Sachen hier von... Mann! Ist das Käse. Ist ein bisschen größer. Nicht viel größer, aber ein bisschen. Und wenn wir dann nicht so doof stellen wie im letzten Gebäude, was man ja nicht mehr abreißen kann, dann können wir da wenigstens ein paar Mehrzimmer reinmachen. Ja, 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 die kriegen wir schon noch. Da bin ich mir sicher. Das machen wir gleich. Das können wir ja noch nicht machen, dann machen wir erstmal das hier. Terry Finn. Höret, ihr lieben Leute, ihr seid alle zur Jahresfeier eingeladen. Finn? Finn? Tretet den fröhlichen Feierlichkeiten bei und zelebriert die Dinge, die das Leben lebenswert machen. Unsere Sonderangebote und der, äh, exklusiven Rabatte. Du bist nicht Finn. Natürlich bin ich das. Ich bin Terry Finn. Denn ich wache jeden Tag auf und fühle mich einfach Terry-fein. Wirklich Terry-fein. Ähm, du bist auf ganz eigene Art nervig. Heißt du jetzt Terry oder Finn? Zwei Vornamen zu haben, ist ein ungeheuerliches Marketing-Fauxpas, der bei Kunden zur Verwirrung führt. Elternberatungsmaterial sollte Informationen zur Markenbildung enthalten. Entschuldigung. Das sag ich immer. Mein Name ist, äh, mein Name wurde praktischerweise von einem Ausschuss voller Marketing-Spezialisten ausgewählt und sie waren dumm. Basierend auf aktuellen kulturellen Trends und möglichen Wortspielen. Wie von der Natur gewollt. Pont Voyage möchte diesem sehr traurigen und hochlukrativen vergangenen Jahr gedenken. Mit einer festlichen Winterstimmung. In käuflicher Form. Hab neue Gegenstände. Ja, okay, gut, geil. Nun, ich hab eine Schwäche für kleine festliche Versionen von alltäglichen Sachen. Gucken wir doch mal rein. Oh, 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 ja, schon schicke Sachen. Ah, da, da, mhm. Kränze und so. Oh, Tanzablauf. Oh, da sind schon schicke Sachen drin. Das muss ich ja wirklich sagen. Übrigens fällt mir gerade ein Charakter, ja. Wir haben doch unsere Mütze irgendwo. Hier, können wir die uns mal aufsetzen? So. Dann sind wir vielleicht nicht mehr ganz so gruselig für die Leute. Okay, dann haben wir das schon mal. Dann gehen wir mal zu unserem Hai. Nichts zu verlieren. Nichts zu gewinnen. Ergreife die Gelegenheit beim Schopfen und zeige ihr, wer der Boss ist. Hallo nochmals. Sei Teil des nächsten atemberaubenden Abenteuers der nächsten unglaublichen Unternehmung des nächsten elektrifizierenden Erlebnisses. Ja, das hast du bereits gesagt. Ich bin schon Teil davon. Willkommen auf dem trockenen Ebenen. Die verdorrte Wüste. Wir sitzen auf einem Parkplatz. Das wilde Ödland. Ich kann nicht glauben, dass ich einen Fischanzug hinterherlaufe. Die A24 ist die Hauptschlagader des Tals. Wenn Gitarren die Töne alter Country-Songs anstimmen, darüber singen sie. Und diese brandneuen Premium-Wohneinrichtungen ist der erste und letzte Halt für den mutigen Entdecker. Da ist ein Laden direkt auf der anderen Straßenseite. Versteh mich nicht falsch. Man kann den Abenteurern nicht zumuten, mit nur einem Zelt und Studentenfutter auszukommen. Sie brauchen die besten Annehmlichkeiten. Was den perfekten Ort für eine Erweiterung deiner nun zur Kette werdenden Premium-Grundstücke darstellt. Ich spüre eine Menge Aufräumarbeiten auf mich zukommen. Du solltest deinem Gespür immer vertrauen. Okay, gut. Willkommen beim Straßenhotel. Möchtest du sie reparieren? Yep. Ja. Entferne sämtlichen Schott und Müll im Gebäude. Das haben wir schon. Tonys Werkstatt ist das Gebäude frei von Schott und Müll. Yep. Gute Arbeit. Das ist kein Schritt. Ich wollte dir nur sagen, dass du gute Arbeit geleistet hast. Schritt 2. Sammle Konstruktionsmaterial, damit das Gebäude repariert werden kann. In diesem Fall Kiefernbretter, Eisennägel und Steine. Tonys Werkstatt wurden alle Materiellen hingesammelt. Ja. Ja. Ja, wir sind alle da. Schritt 3. Schwing deinen Arsch hoch an die Arbeit. Toll. Respekt. Wir sind gut. Oh, das sieht schon nicht schick aus. Nicht schlecht aus, wollte ich gerade sagen. Okay. Keine Anleitung verfügbar. Wie geht es auf der Bautele, Woran? Es ist fertig. Erstaunlich. Du bist auf dem besten Weg, der größte Entwickler von Gastfreundlichkeit, diesseits des Canyons zu werden. Du befindest dich zur Zeit auf Platz 1 von einem. Hey, das ist nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall etwas. Als Experte für Annehmlichkeiten bin ich sicher, dass dein Gespür nun genau eingestimmt ist, um mit dem nächsten Schritt dieser vermutlich noch nicht wirklich profitablen Unternehmung zu beginnen. Die Menschen auszutricksen, damit sie herkommen? Die Menschen auszutricksen, damit sie herkommen. Ich meine einem wertgeschätzten Kunden ein Zimmer zur Unterkunft anbieten. Buchen Sie einen Gast im Motel und kehren Sie dann zurück, um völlig unbefugte Anweisungen zum Bau von Badezimmern zu erhalten. Wir können also gleich Badezimmer erhalten. Nice. Gut, 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 gut. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich will jetzt aber erstmal das hier sammeln. Und, oh mein Gott, hier sind so viele. Hier sind so viele Leute. Hier fehlt mir noch ein Plastikbrett, ne? Könnte ich für den das... Ich wette, ich muss für den direkt hier... Boah, das ist so ein Doos da hier. Seht ihr noch was? Ich hoffe, ihr seht noch was. Ich finde es nämlich echt schwierig, tatsächlich. Claire. Auch nicht da. Entweder ist er mal wieder nicht in der Stadt oder er zieht irgendwo einen Graben. Dieser Junge könnte seinen Vorderteil nicht von seinem Hinterteil unterscheiden, aber er würde uns nicht im Stich lassen. Nicht uns. Oh, oh. Zehn Uhr, Chef. Was für eine Überraschung. Unser mächtiger Unternehmer. Gibt es ein Problem, Blo... Blo... Boss? Nein, zumindest noch nicht. Wie war die Reise, Hank? Ich glaube nicht, dass ich dir meinen Namen verraten habe. Das musstest du nicht. Ich kannte ihn, bevor deine Mutter ihn kannte. Ich glaube nicht, dass ich ihn kannte, Sir. Mama hat mir keinen Namen gegeben. Die Luft ist da oben wirklich dünn. Dünner, oder? Auf jeden Fall. Ich habe deinen Namen nicht verstanden, weil ich ihn nicht einfach so durch den Raum werfe. Da besteht ein Geheimhaltungsprinzip. Geheimhaltungsprinzip? Also, wir könnten es dann ja vielleicht auch geheim halten. Mit dieser Einstellung wirst du es nicht weit bringen, Junge. Wie auch immer, mein Name ist Anton. Ich leite diesen Ort. Welchen Ort? Ha! Welchen Ort? Diesen Ort! Alles, was der Gestank berührt. Hört zu. Du hast dir diese ganzen Fragen noch nicht verdient. Mein Mitarbeiter oben im Norden sagt, du hättest etwas Gutes vor, die Leute zurück ins Tal zu bringen, ja? Das sind gute Neuigkeiten für jeden, aber wir haben ein Problem. Einer aus meiner Crew ist vor drei Nächten verschwunden. Claire wird dir alles erzählen. Du hast ihn zu finden, sonst ist dein Kopf bald in meiner Mülltonne. Äh, wir haben Wade gegen 21 Uhr in der Nähe der Schwarzmoosgrenze verloren. Und dann war er weg. Wir waren unterwegs auf einer unserer Plünderungen. Ich hatte gerade um ein besonderes, schweres Stück Schrott gefeilscht und zehn Sekunden später drehe ich mich um und von Wade ist keine Spur mehr. Noch das leise Zischeln des Sumpfes. Hast du irgendeine Ahnung, was mit ihm passiert ist? Nein, aber du wirst es herausfinden. Ich mache dir ein Angebot. Du brauchst mich und meine Deponie, um deine kleine Unternehmung zum Laufen zu bringen. Andernfalls rennst du auf der Suche nach Schrott herum und stirbst an Altersschwäche, bevor der erste Kunde auch nur einen Fuß in deinen Laden setzen kann. Wenn du uns aber, Wade, zurückbringst, kannst du jedes Stück Schrott, was du hier findest, behalten. Wir vermuten, dass es sich irgendwo im Schwarzmoos aufhält. Dort werde ich zuerst suchen. Wenn ich du wäre, würde ich nicht zuherum sitzen. Okay, dann kann ich hier auch rein. Wir plündern auch so einfach mal. Scheint ihm ja nichts auszumachen. Du, 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 du. Wir plündern du, 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 du. Ich weiß noch nicht, wie man das benutzt. Ja, dann... Hier könnte man gut eine Leiche verstecken. Du, 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 du. Wir sind gar nicht am Plündern. Ich würde sagen, wir können Wade so tun. Das werden wir auch tun. Aber noch nicht jetzt. Denn wir müssen ja auf jeden Fall noch mit Barbara reden. Nachschwörmung. Das ist auch noch hier. Ich wollte eigentlich erst mit Barbara, Barbara, reden. Und dann dachte ich mir, wir könnten aber schon wie es machen und das machen und ihr das machen. Und hast du nicht gesehen? Wir haben einfach eine zu große Liste mit Sachen, die wir machen können. Vor allen Dingen, hier war ja auch irgendwo noch dieser Typ mit seiner Tankstelle. Ja, hier. Mit dem würde ich halt auch gerne reden. Aber Freunde, wisst ihr was? Das machen wir. Beim nächsten Mal, ne? Bis dahin. Tschüss.